Ich will dich. Es tut mir leid, aber ich dachte... Ich wusste nicht... Oh! Weshalb hast du das gemacht? Wozu sollte das gut sein? Das fragst du noch? Du liegst hier mit einem Typen im Bett und fragst das? Du bist meine Frau, verdammt! Den Zug hast du aber verpasst, mein Lieber. Was, jetzt auf einmal willst du den gekränkten Ehemann spielen? Ach, du... Du verstehst gar nichts! Es läuft alles falsch! Das ist ein Albtraum hier! Ja, ist dir schon gut. Reg dich nicht auf. Das ist ein Albtraum. Ist das möglich, Phoebe? Du weißt nicht, was ich aufgegeben hab für dich. Was? Weißt du, was ich aufgegeben hab, Cole? Alles! Mein Leben, meine Familie und meine Berufung dazu! Ach ja? Ich hab eher das Gefühl, du hast ein verdammt gutes Leben hier! Cole, der Einzige, der was davon hat, das bist du und das weißt du auch. Aber ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich bin nur aus einem Grund hier. Ich will nicht, dass Piper dasselbe zustößt wie Prue. Meine Schwester liebe ich. Was ist mit uns passiert, Phoebe? Wie konnte es nur so weit kommen? Wir waren doch mal so glücklich. Und jetzt funktioniert es nicht mal ohne deine Schwester. Wieso denn nicht? Ich weiß es nicht. Aber manchmal gibt es einfach keine Antwort. Aber manchmal gibt es einfach keine Antwort.